Die Größe passt nicht. Größe Passt Suchst du ein Hemd, Peter? Suchst Ein Hemd Nina, brauchst du ein Sakko? Nina Brauchst Du Ein Sakko? Guten Morgen, welche Größe brauchen Sie? Magst du das T-Shirt, Nina? Magst Du Das T-Shirt, Nina? Magst du das T-Shirt oder die Bluse, Ali? Magst Du Dsch 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich suche Größe S, nicht L. Ich suche Größe L. Ja, das Sacko passt, danke. Ich suche Größe L. Ich suche eine Bluse in Größe L. Ich suche Größe L. Entschuldigung, welche Größe brauchen Sie? 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 Ich brauche ein Ich brauche eine Bluse in Größe S. Ich brauche eine Bluse in Größe S. Der Zug fällt aus. Meine Tochter hat eine Kreditkarte. Meine Tochter hat eine Kreditkarte. Meine Tante zahlt immer mit 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 Kreditkarte. Die Tante zahlt immer mit Kreditkarte. Sie können die Kreditkarte im Reisezentrum stornieren. Sie können stornieren. Die Fahrkarte Sie können stornieren Die Fahrkarte im Reisezentrum Reisezentrum Ja, ich zahle Mit Kredit Ja, ich zahle Mit Kreditkarte Ich möchte meine Fahrkarte im Reisezentrum stornieren Möchte Möchte Stornieren Möchte Meine Fahrkarte Möchte Möchte Im Reisezentrum Ich Ich Möchte Meine Fahrkarte Stornier Der Zug Feld Aus Ich Möchte Meine Fahrkarte Stornieren Die Fahrkarten sind im Reisezentrum. Fahrkarten Die Fahrkarten sind im Reisezentrum. Guten Morgen Ich möchte meine Fahrkarte stornieren. Guten Guten Morgen Ich möchte meine Fahrkarte stornieren. Ja, Sie können im Reisezentrum zahlen. Sie können zahlen im Reisezentrum Können Sie meine Können 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 Sie Können Sie Können Können Sie meine Fahrkarten Können Sie Meine Fahrkarten stornieren Bitte Können Sie Sie meine Fahrkarten stornieren Bitte Bitte Sie Meine Fahrkarten Stornieren Meine Book eine oder Sie eine Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020